18.10.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 238 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Gestern haben wir uns schon einmal bei Kurs die Meldung von 18 nordkoreanischen Soldaten angesehen, die fahrend flüchtig wurden und dann von den Russen gesucht wurden. Warum sind überhaupt Nordkoreaner im Ukraine-Krieg? Weil es zwischen Russland und Nordkorea ein Abkommen gab, das eine Pioniereinheit aus Nordkorea ermöglichte, in der Region Donetsk Infrastruktur zu errichten. Zum Beispiel Brücken, Befestigungsanlagen, Behelfstraßen und so weiter. Von denen starben vor wenigen Wochen einige bei einem ukrainischen Luftschlag. Das wurde von beiden Seiten bestätigt. Die fahrend flüchtigen von gestern wurden aber nur von dem ukrainischen Geheimdienst bestätigt. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen Leuten hier und den Nordkoreanern? Die Afrikaner auf dem Bild sind ja freiwillig dort, weil sie sich durch Versprechen anwerben lassen haben. Die Nordkoreaner sind im Gegensatz dazu echte Soldaten und wurden vom Staat in den Ukraine-Krieg geschickt. Und nun sollen um die 10.000 weitere Soldaten folgen, die Russland im Ukraine-Krieg unterstützen werden. Die Quelle dazu ist der südkoreanische Geheimdienst, der am Freitag bestätigte, dass ca. 10.000 Soldaten in Nordkorea ausgebildet und bereitgestellt werden, die baldig im Ukraine-Krieg aushelfen werden. Am Ende sollen es wohl um die 12.000 Soldaten sein, die zusammen in der Ukraine stationiert werden. Vom 8. bis 13. Oktober sollen bereits 1.500 Soldaten in die Ukraine gebracht worden sein. Das geht auf vier amphibische Landungsschiffe zurück, die aus Nordkorea nach Russland gebracht wurden und sogar von drei russischen Begleitschiffen eskortiert wurden. Ebenfalls gab es einen Flug einer russischen Militärmaschine aus Nordkorea zurück nach Russland, ungefähr im selben Zeitraum. Sind die Nordkoreaner nun im Krieg? Ja und nein. Physisch schon, aber auf russischer Seite wird damit argumentiert, dass die Soldaten im Rahmen der Bündnisverteidigung da sind, da Kursk angegriffen wurde und Kursk ja russisch ist. Also hier geht es auf dem Papier nicht um den Angriffskrieg in der Ukraine, sondern eher um die Verteidigung von Kursk, aber das ist natürlich nicht gewiss, denn viele Soldaten, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, haben ja auch versprochen bekommen, in der zweiten oder dritten Linie zu stehen oder als Sicherheitskräfte in den besetzten Gebieten zu sein, um für Recht und Ordnung zu sorgen und fanden sich dann aber kurz danach an der Front wieder. Hier sehen wir sogar eine Übung der Nordkoreaner in Russland und hier sehen wir sogar, wie sie auch noch eingekleidet werden. Das sind keine nordkoreanischen, sondern russische Uniformen. Mein letztes Video ist nicht einmal 24 Stunden her, in dem ich behauptete, dass die Nordkoreaner bei Kursk fadenflüchtig wurden und dann haben sehr viele Leute einen Kommentar dargelassen, dass das alles nur westländliche Lügen sind und die Russen keine Nordkoreaner in diesem Krieg mit einbeziehen. Aber hier sehen wir, wie immer, das Gegenteil. Aber das Ganze geht für die Nordkoreaner natürlich auch gut aus, also natürlich für die Machthaber und nicht für die Soldaten, denn irgendwas muss Russland ja angeboten haben, damit die Soldaten verliehen werden. Für Nordkorea wären viele Dinge sehr nützlich, zum Beispiel Waffensysteme, die sie selbst nicht produzieren können, was das Land natürlich bedrohlicher macht, als es ohnehin schon ist. Der Westen schaut natürlich, wie meistens auch, einfach nur zu und die Bürger im Westen streiten sich über ihre eigenen Wahrheiten, Überzeugungen, während im Osten gemacht werden kann, was auch immer man im Osten machen möchte. Apropos Osten, schauen wir gleich einmal an die Ostfront. Die Russen konnten die ersten Straßen bei Chassivjah erobern, die ersten Häuserblocks sind in russischer Hand, die Front verläuft aktuell irgendwo im Nordosten der Stadt, die gibt es zu ukrainischen Verteidigungen nicht zu sagen, die Hauptverteidigung lag ja entlang des Kanals, der ja bereits auf russischer Seite erobert worden ist und anscheinend nicht mehr unter Kontrolle der Ukrainer liegt. Etwas weiter im Süden, und zwar im Süden von Sukurine, konnten die Russen den Verbindungsweg von Novoselidivka und Ismailidivka erreichen, über die auch der Nachschub nach Hirnig führte. Das ist natürlich ein zweifaches Problem für die Ukrainer, da zum einen ein Nachschubsweg gekappt wurde und zum anderen, weil die Russen mit dem Überqueren dieser Straße einer Einkesselung der ukrainischen Verteidigungslinien bei Hirnig immer näher kommen. Noch ein kleines Stückchen weiter im Südosten, bei Maximilian Nivka konnten die Russen ihre Kontrolle ebenfalls ausweiten. Wir sehen, die verstärken hier unten das Gebiet, sodass der Kessel hier nicht mehr aufgebrochen werden kann. Aktuell haben wir noch ein Halbkessel, den wir hier sehen. Während natürlich die anderen Einheiten aus Norden versuchen, das Gewässer zu erreichen. Somit wäre eben die große ukrainische Verteidigungsanlage in diesem Gebiet in unmittelbarer Gefahr, da sie eben droht, eingekesselt zu werden. Ich habe ja hier mal nochmal eine gestrichelte Linie letztens eingezeichnet. An dieser Straße müssen die Ukrainer unbedingt verteidigen und einen russischen Durchbruch verhindern. Denn danach folgt kaum noch etwas an Verteidigung. Und das bedeutet, die Straße wurde ja gerade von den Russen erreicht. Aktuell finden nur Kämpfe statt und die Ukrainer müssen wirklich um jeden Preis dafür sorgen, dass sie hier nicht durchbrechen können. Auf der anderen Seite versuchen die Russen natürlich, um jeden Preis durchzubrechen. Lassen Sie gern ein kostenloses Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Jeder von Ihnen hilft mir ungemein weiter und bringt den Kanal auf ein neues Level. Damit begrüße ich die alten als auch die neu hinzugekommenen Abonnenten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wie kann man sich als einzelnes Land vor Russland schützen? Möglichkeit 1, man wird Teil eines massiven Verteidigungsbündnisses, wie zum Beispiel der NATO, was im Falle der Ukraine momentan ausfällt. Oder Möglichkeit 2, man besitzt Atombomben. Die Ukraine war bereits nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die drittstärkste Atommacht der Welt und gab die Waffen an Russland zurück, weil sie dafür Sicherheitsgarantien bekommen haben, an die sich nicht gehalten wurde. Zelensky sagte in Brüssel selbst, dass es nur diese zwei Optionen gäbe und nun bricht eine Art Panik auf russischer Seite aus, da sie davon ausgehen, dass die Ukrainer beginnen, Atomwaffen herzustellen. Wie lange das dauert und ob das überhaupt gelingen wird, wenn sie das überhaupt planen, ist natürlich absolut offen und nicht abzuschätzen. Aber das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Da scheint mir eine Mitgliedschaft der NATO die größere Erfolgswahrscheinlichkeit mit sich zu bringen, als dieses Projekt. Aber zumindest reicht es, um eine Reaktion von Putin hervorzurufen, denn Putin bezeichnete Zelenskys Äußerung über die Möglichkeit, dass die Ukraine Atomwaffen bauen könnte, als eine weitere Provokation und versicherte, dass Russland dies unter gar keinen Umständen zulassen würde. Er warnte davor, dass alle Schritte der Ukraine zur Entwicklung von Atomwaffen angemessen beantwortet werden würden, berichtete die staatliche Agentur ERIAR. Naja, eigentlich gemein, was würde er denn eigentlich machen? Etwa der Ukraine den Krieg erklären? Denn mehr als Krieg führen, geht ja schlecht. Aber wie gesagt, ich empfinde die Erfolgswahrscheinlichkeiten für dieses Projekt als etwas gering. Das kostet ja auch massiv an Geld und an Ressourcen. Wenn wir jetzt sagen, die Ressourcen sind vorhanden, dann ist das trotzdem eine sehr teure Angelegenheit, welche natürlich auch nicht in wenigen Tagen erledigt ist. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentar und bis zum nächsten Lagerbericht.